Hallo, ich lese Ein Traum von Johann Gottfried Herder. Ein Traum, ein Traum ist unser Leben auf Erden hier, wie Schatten auf den Wogen schweben und schwinden wir und messen unsere trägen Schritte nach Raum und Zeit. Und sind, wir wissen's nicht, in Mitte der Ewigkeit. Das war Ein Traum von Johann Gottfried Herder. Danke fürs Zuhören.